Ich starte in beiden Klassen mit der 250er. Mein Motorrad funktioniert richtig gut, fühlt mich super wohl. So wie vorher fahre ich jetzt mein Standard-Fahrwerk. Man sieht eigentlich, dass man nicht immer andere Fahrwerker braucht, dass man viel mitfahren kann. Speziell jetzt die 19er gefällt mir gut mit dem Handling. Sie ist bei den Kühlen schmäler geworden gegenüber dem Vorjahr. Beeinflusst das Handling eigentlich richtig gut und so fühlt sich eigentlich das Motor richtig gut an. Mit dem Motor passt eigentlich alles super gut zusammen und kann es eigentlich nur empfehlen. Ich hoffe es hat auch jeder genauso einen Spaß beim Fahren wie ich. Zum Motor und zum Rahmen. Ich finde der Sinaia, die 219er extrem handlich und so schön zu fahren. Der 250er 4.8 Motor hat extrem viel Leistung im Verhältnis zu anderen Motorradmarken. Wie man sieht, in einer MX2-Struzmannschaft sind viele mit Standardmotoren unterwegs und der ist sicher konkurrenzfähig, auf jeden Fall. Und ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Das ist für mich jetzt nur ein Plus Ultra, sagen wir mal so, und vor allem jetzt die 19er, die neue, für mich 100 Prozent zu viel. Wir haben jetzt die Neuche für 50er. Was ich bei der Neuche eigentlich viel mehr mag als bei der alten, ist das Handling. Sie ist einfach fahrbarer. Ich sage jetzt einmal, ähnlich wie bei der 250er. Sie liegt schön in die Kurven, sie fällt rein. Sie hört es nicht so, dass sie eben so aufstellt. Ich finde, vom Motorrad ist es einfach fahrbarer. Du brauchst immer ganz so viel Kraft und es ist alles in allem einfach ein richtig geiles Motorrad und es macht einfach Spaß. so wie mit der Neuche ist. Das war's für heute.